Heute geht es nochmal um eine Laborauswertung, unter anderem sehen wir hier Vitamin D, die Fettsäuren, aber auch eine Schilddrüsenerkrankung und einen Diabetes bei einem jungen Menschen, wo ich sehr erschrocken bin und das zeige ich euch heute ins Bild. Mein Name ist Karl Hartner, ich bin Arzt, niedergelassen in eigener Praxis seit 2006 und auch mit meiner Frau Marie zusammen Gründer unserer Online-Akademie karmalanda.online für Wege in eine neue Medizin und in deine Gesundheit. Und ich darf hier noch gleich erwähnen, solche Laboruntersuchungen haben wir auch in einer Webinar-Reihe, die haben wir auch unten verlinkt, die kannst du dir auch gerne ansehen, Labordiagnostik für Therapeuten und interessierte Laien. Also ein junger Mann, Mitte 20, kam zu mir, nachdem im Krankenhaus ihm durch eine Ketoacidose, sagt man da, ein starker Diabetes diagnostiziert wurde. Er musste da tatsächlich stationär ins Krankenhaus und nun kamen wir zu mir und wir haben folgende Werte gemacht. Weizenkeim, Aklotenin, Antikörper, wir haben die Nahrungsbeleunverträglichkeiten gemacht, Histamininsoleranz, hier ist also nicht so viel zu sehen. Wir haben den LPLA2-Liporoteinwert gemacht, da ist auch nichts zu sehen. Im Bioenergetischen Gesundheitsindex und hier sehen wir schon mal, dass es hier doch hakt. Wir haben ein großes Protonenleck in den Mitochondrien im Labor entdeckt. Die ATP-Produktion ist runtergefahren und die nicht-mitochondriale Atmung ist doch deutlich erhöht. Das heißt, eine Übersäuerung ist schon im Gange und der junge Mann macht viel Sport und das ist natürlich hier kontraproduktiv. Wir haben die Fettsäuren hier natürlich kontrolliert und zwar in der Erythrozytenmembran hier. Das sind also Langzeitwerte in der Membran getestet und wir sehen hier eine normale Palmithin- und Sterinsäure, viel zu wenig Öl- und Nervonsäure. Das sind ganz wichtige Fettsäuren, einfach ungesättigte und katastrophal niedrige Omega-3-Fettsäuren, wie ich sie selten gesehen habe. Alpha-Linolen, Ecosapentaen und Docosahexaensäure und entsprechend relativ hohe Omega-6-Fettsäuren, wie die Arachidonsäure, die wirkt ja auch noch proentzündlich und ist natürlich auch nicht förderlich bei Diabetes oder einer Schilddrüsenerkrankung. Hier sehen wir nochmals die Quotienten dazu, die sind natürlich hier unterirdisch. Glutation funktioniert gut, intrazellulär gemessen, Oxidation sehen wir keine und die Superoxidismutase funktioniert auch noch gut. Das sind dann seine Vorteile dann, deswegen machen wir ja so ein genaues Labor, dass wir sehen, wo hakt es. Da können wir sehr schön in der Therapie dann drauf eingehen. Wir sehen hier nämlich jetzt das Vitamin D, jetzt pass mal auf. Hier sehen wir einen Vitamin D325 OH-Wert von 30,5 Nanomol pro Liter getestet. Nanomol pro Liter geteilt durch 2,5 wären wir dann bei Nanogramm pro Milliliter. Da muss man es rechnen, der liegt dann vielleicht so bei 11 Nanomol pro Milliliter, also extrem niedrig, extrem niedrig. Hier haben wir den präventiv-medizinischen Bereich, ich sage immer, der fängt bei 140 bis 200, dann wäre der Bereich. Hier sehen wir noch das Vitamin D3 1,25 OH, also da bildet der Körper bei ihm schon noch genug, könnte man meinen. Allerdings, wenn man die Vitamin D-Ratio anschaut, die ist natürlich nicht gut. Wir können hier auch vermuten, dass die Vitamin D-Rezeptoren eben nicht genügend angeschalten werden durch diesen viel zu niedrigen Vitamin D-Wert. Und sowas sehen wir halt immer häufiger. Das war es eben Anfang Mai 2023 getestet, dieses Labor. So, dann haben wir hier die Vollgmut-Mineralien. Und zwar habe ich hier gleich die Korrigierten aufgeschlagen, weil die sind Hämatokrit korrigiert. Er hat auch einen sehr hohen Hämatokrit-Wert, so wie ich mich erinnere. Und wir sehen hier auch schon ein zu hohes Calcium. Das haben wir der Übersäuerung zu verdanken. Da holt der Körper dann auch mal Calcium gerne aus den Knochen raus, um das Blut abzupuffern. Wir sehen schon einen grenzwertig hohen Kupferwert. Magnesium kann man sich jetzt streiten, ob der jetzt zu hoch liegt. Also auch ein Verlust in den Zellen, eine Verschiebung des Magnesiums ins extrazelluläre Gewebe und ins Blut. Und wir haben hier noch einen Zink- und Selenwert, die sind sehr gut. Da darf ich dazu sagen, dass dieser junge Mann in den USA lebt. Und in den USA haben die Menschen einen deutlich höheren Selenwert, zum Beispiel im Schnitt von 160 bis 180. Also er liegt hier genau mittendrin. Das kann man also so lassen. Das kann man auch so erklären, weil er hat kein Selen und Zink eingenommen. Da können wir also dann hier so zurückgreifen. Das Gleiche mit dem Mangan hier ganz unten. Siehst du das, der ist sehr hoch und das hat er offensichtlich auch den USA zu verdanken, dass er in den USA lebt. Phosphor ist zu hoch, das hat was mit dem Vitamin D-Spiegel zu tun. Und wir sehen hier noch einen Bohrwert, der nicht mehr auffindbar ist. Und das ist natürlich auch gerade bei Sportlern oder bei solchen Erkrankungen natürlich eine Katastrophe, kein Bohr mehr zu finden. Sieht aber selten, muss ich sagen, aber meistens sind die Bohrwerte doch zu niedrig. Und meistens sind übrigens auch die Manganwerte zu niedrig. Deswegen hat der Mensch auch eine ganz gute Superoxid-Dismutase hier. Die ist nämlich Manganabhängig. Soll ja auch immer beachtet werden. Das erkläre ich übrigens auch alles bis ins Detail in unseren Webinaren über die Labordiagnostik. Wer da interessiert ist, wie gesagt, die kann man sich auch kaufen, erwerben und ansehen auf unserer Seite. Wir sehen hier eine erhöhte Arsenbelastung. Leicht erhöht, aber ja, ich finde auch immer das Aluminium bei 4,8 ist schon leicht erhöht. Und wir sehen ganz sicher eine Quecksilberbelastung hier im Vollblut. Da muss man ein bisschen Acht geben. Das kann natürlich auch im Gewebe drin hängen. Dann sieht man im Blut nichts. Hier läuft das Fass schon über. Die Lipid-Peroxidation hier ist auch leicht erhöht. Die sollte unter 10 oder besser unter 1 liegen. Also eine leichte Erhöhung. Und hier unten sehen wir nochmal die Bestätigung meiner Vermutung hier, dass eine starke Übersäuerung da ist. Der Laktatwert ist viel zu hoch. Das ist die nicht-mitochondriale Atmung, die anaerobe Glykolyse. Gehen wir einen Schritt weiter. Wir sehen hier oben den Laktat-Pyruvat-Quotienten. Es ist klar, dass der auch zu hoch liegt. Und das sehen wir hier nochmal, das ist die ganz normalen Vitamine. Wir sehen hier einen Biotin-Mangel. Das ist zu niedrig, der sollte höher liegen. Q10 hat einen ganz guten Wert. Den kann man so lassen. Vitamin, aber er dürfte auch noch höher sein bei so einer mitochondrialen Geschichte. Vitamin A hat auch einen ganz guten Wert. Das haben wir offensichtlich auch den USA zu verdanken. Weil er hat ja nichts eingenommen. Die haben dort, wo der wohnt, offensichtlich bessere Werte. Ich habe schon viele Patienten aus den USA gehabt, die in den USA wohnen und wieder in Deutschland sind. Gut, da ist mir das auch schon aufgefallen im Laufe der letzten 20 Jahre. Vitamin B12 ist, ja, kann man gerade noch so lassen. B6 ist für einen Sportler hier mit 19,7 zu niedrig. Die Normbereiche, die sind hier eine Katastrophe. Das fängt mal bei 30 oder 40 Nanogramm pro Milliliter an, dass man einen guten Vitamin B6-Wert hat. Vitamin C brauchen wir nichts zu übersagen. Mit 1,5 Milligramm pro Liter ist der viel zu niedrig. Und auch die Folsäure, die extrem wichtig ist, das sieht man selten an Folsäuremangel hier. Aber die ist auch viel zu niedrig. Hier ist schon einiges im Argen. Was wir auch noch immer machen, wir testen ganz häufig die Geschlechtshormone, die Steroidhormone. Da gehe ich jetzt nicht in Detail darauf ein. Wir sehen hier einen relativ niedrigen Dehydrotestosteronwert im Kontext zum freien Testosteron. Und die restlichen Werte hier, Östradiol, Pregnenolon, Progesteron, sind in Ordnung. Wir sehen hier das Schilddrüsenprofil. Das ist natürlich noch ganz arg interessant, weil er eine Hashimoto-Tyrioiditis diagnostiziert bekommen hat, die wir hier auch nochmals sehen. Und zwar hier unten, die mikrosomalen Antikörper, TPO, sind doch stark erhöht. Das sind also Antikörper, die sich gegen die Schilddrüse richten. Oder ich sage immer, das sind einfach Schilddrüsenentzündungswerte. So sage ich dazu. Und wir haben hier einen TSH-Wert von 4,7. Der ist noch deutlich zu hoch. Der war übrigens bei 12,8 bei diesen Patienten vor drei Monaten. Wir sehen hier auch ein hohes FT4. Das ist geschuldet dann der Medikamente, die dieser Patient bekommt. Die bekommen dann Tyroxin, FT4, als Medikament. Und das muss sich dann in FT3 umwandeln. Das funktioniert. Das ist okay. Und der braucht das auch. Also es war keine Kritik hier mit dem Medikament. Der braucht dieses L-Tyroxin. Das ist natürlich wichtig. Aber so müssen wir die Werte dann deuten. Und der TSH-Wert ist ja auch schon runtergegangen. Und wir sehen hier, das funktioniert einigermaßen. Das war ja auch dann Akutmedizin. Unten sehen wir noch den DHEA-Wert. Und dann machen wir natürlich immer noch die internistischen Werte. Da gehen wir mal ganz kurz noch drüber. Was mir hier auffällt, ist der hohe Hämatokritwert, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Von jungen Menschen natürlich viel zu hoch. Und eine CK-Erhöhung, Kreatin-Kinase. Das darf beim Sportler eigentlich auch nicht sein. Das sind die Skelettmuskelenzyme oder die Gesamt-CK-Werte. Das darf nicht sein. Natürlich testen wir auch CK-MB, das Herz. Wir sehen hier einen erhöhten GOT-Wert. Da ist die Leber schon sehr belastet. Und einen erhöhten hochsensitiven CHP-Wert. Und einen niedrigen LDL-Cholesterin-Wert. Der dürfte auch deutlich höher liegen. Das sehen wir häufig bei Erschöpfungssyndromen, bei jungen Menschen, bei jungen Männern. Bei Frauen dürfen die nochmal ein bisschen anders liegen. Hier unten sehen wir nochmal einen stark erhöhten Leberwert. Und zwar den GIPT-Wert. Hier liegt also auch der starke Verdacht auf eine massive Leberbelastung vor. Aber die Leber hat ja immer auch was mit dem Diabetes zu tun. Und mit einem erhöhten Blutzucker-Cholesterin-Problem. Triglyceride. Die Triglyceride waren bei ihm bei über 800 vor drei Monaten. Das ist natürlich ganz gewaltig hoch. Das hat dann auch was letzten Endes mit der Leber und mit der Ernährungsweise zu tun. Der Gamma-GT allerdings ist in Ordnung. Die Harnsäure ist auch hier erhöht. Bei 7,06,97. Da ist das natürlich auch nicht gut. Da ist ja schon die Gicht im Anmarsch. Harnsäure ist auch ein starkes Antioxidant. Oder ernährungstechnisch bedingt. Wir sehen hier einen normalen Blutzuckerwert von 95 nüchtern. Also der dürfte natürlich noch deutlich niedriger liegen. Das hat dieser Patient, weil er Metformin bekommt natürlich als Antidiabetesmittel. Deswegen ist der Blutzucker erst runtergegangen. Der hatte vor drei Monaten einen Blutzucker von 480 nüchtern. Hier haben wir nochmal die Cholesterine. Wie gesagt, auch das HDL ist extrem niedrig. Sehr selten. Triglyceride haben sich jetzt wieder eingependelt. Gott sei Dank. Und das LDL ist auch sehr niedrig. Also wir haben hier nochmals, gerade wegen der Leber, da gucke ich dann immer genau nach, getestet. Hepatitis A Antikörper und Hepatitis B Antikörper. Also A Antikörper hat er. B Antikörper sind keine zu finden. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Zystatin C, wir haben die Nierenwerte natürlich nochmals genauer angeschaut. Auch den Kreatininwert haben wir oben gesehen. Zystatin C und die glomeruläre Filtrationsrate des Zystatin C. Das erkläre ich auch in den Webinarreihen ganz genau, was das bedeutet. Da muss man immer ein bisschen genauer nachschauen. Das ist okay, aber grenzwertig von jungen Menschen hier. Also auch mit der Niere, da muss man auch schon aufpassen. Hier sehen wir nochmal Harnstoff. Da hat er, das ist okay, hat auch mit dem Proteinhaushalt zu tun. Homozysteine, lieber Protein, A ist in Ordnung. Und hier unten sehen wir nun mal nochmals den Langzeitblutzuckerwert. Der HbA1c liegt bei 10,3%. Das ist natürlich auch Wahnsinns, was habe ich selten gesehen. Der lag ja bei 13%. Da geht es langsam runter, das ist ja der Langzeitblutzuckerwert. Das ist ja Verzuckerung. Der roten Blutkörperchen Hb von dem A1c bedeutet ja Hämoglobin. Und A und 1c, das sind dann bestimmte Proteinstrukturen, die da gemessen werden. Erkläre ich auch in den Webinaren ganz genau. Also der muss natürlich jetzt runtergehen mit der Zeit. Hier auch nochmal sehr interessante Werte. Wir haben hier nochmal das Ferritin, das ist in Ordnung. Da ist es also, das hat mit der Leber jetzt. Also Leber hat mit dem Ferritin jetzt nichts zu tun. Wir sind hier relativ hohe SARS-CoV-2-Immunglopulik G-S-Bike-Antikörper-quantitativ gemessen. Ja, das ist natürlich auch so eine Geschichte mit den Spikes. Die sollten dann mit der Zeit auch runtergehen, weil die können auch, wenn es dumm läuft, proentzündliche Reaktionen verursachen in verschiedenen Gewebs- und Organstrukturen. Wir sehen hier Masern-Immunglopulik G-Antikörper. Da hat er genügend. Und auch Polio ist er safe. Wir haben hier nochmals die Grenzbereiche nochmals genau aufgeschrieben. Abgelaufen, Infektionen beziehungsweise Impfschutz anzunehmen und so weiter. Wir sehen hier gleich noch mehrere Impf-Titer. Ich gerne auch diese Titer teste, um zu sehen, was hier Sache ist. Das Polio-Virus-Antikörper-Typ 3 ist auch genügend da, hier oben zu sehen. Und was jetzt ganz interessant ist, was wir häufig sehen, was die meisten Ärzte nicht wissen, komme ich gleich drauf. Hier haben wir die Röteln, sind auch in Ordnung. Und hier eben, das meine ich, Diphtherie unter 0,1 und Tetanus aber noch okay. Und wir sehen ja immer die Tetanus-Diphtherie-Impfungen. Die sind ja zusammen, werden die gegeben. Und wir sehen halt häufig, dass Tetanus noch völlig in Ordnung ist hier. Da sind Impfschutz vorhanden und Diphtherie ist nichts mehr da oder war nichts da. Weil ich kenne Studien, da wird gezeigt, dass die Diphtherie-Impfungen zu einem bestimmten Prozentteil, auf den ich jetzt nicht eingehen möchte, gar nicht funktionieren. Da bilden sich einfach keine Antikörper. Deswegen ist auch immer wichtig, man guckt sich hier einfach mal die Antikörper an, im Sinne der Immunoglobulin G-Antikörper. Und dann weiß man, was Sache ist. So, das war's. In unseren Webinaren gehe ich noch genau auf die Therapie ein, was da dann zu beachten ist. Da muss man schon tief in die Trickkiste greifen mit der Therapie. Über die Ernährungsmedizin natürlich bis hin zu automolekularen Medizin und so weiter. Und dass man von den starken Medikamenten auch runterkommt. Weil der kriegt Schilddrüsen-Medikamente, der kriegt Antidiabetiker-Medikamente. Er ist auch leicht adipös, macht viel Sport und ist ja noch in der Blüte seines Lebens. Also das geht ja nicht, dass der jetzt schon beginnt, hier starke Medikamente einzunehmen. Akut ist das in Ordnung jetzt erstmal. Aber mit den vielen Monaten, die es in der Zukunft kommen oder auch Jahren, müssen die Medikamente weg. Und das kann man heilen. Man kann die Schilddrüsen, Hashimoto-Türotitis selbstverständlich heilen. Da gibt es bestimmte Ursachen, auf die man dann eingehen muss in der Therapie. Und man kann natürlich den Diabetes heilen. Und das ist ja ein Klacks eigentlich für eine ganzheitliche Medizin. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ganz viel Gesundheit, Licht und Liebe in dieser Inkarnation. Und ich hoffe, ihr könnt auch die Natur genießen. Ich sitze ja hier gerade in der Sonne im Wald. Da habe ich mich extra hierher gesetzt für dieses Video. Und sage dann bis zum nächsten Mal und alles Liebe.